Das ist ein herziger Kinderböde, der an den Lift geht, der ist schon zügig. Ja, es geht nicht zu schnell. Ich habe das erste Mal auch komisch geschaut mit dem Lift. Der Lift ist schon speziell, wenn es das erste Mal durch ist. Ja. Das war voll geil, jetzt einmal mit der 3-Fall. Ja genau. Oh, let's go. Oh, 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 oh. Hey, hält die Michi. Ich habe ihn hier oben. Wow. Wir sind schwer. Das Ding läuft wie Schmetz Katze. Wow, wow. Ist das immer so schnell? Ja, das ist immer so schnell. Wow. Wow. Nochmal. Nochmal. Okay. Okay.